Hey Leute, ich bin der Bruga und ihr seht hier in Verbis Virtus, auf Deutsch so viel wie die Macht der Worte, ist ein kleines Indie-Game zur Zeit im Early Access auf Steam erhältlich und kostet dort 16 Euro. Genau, 16 waren es. Ob es euch das wert ist, kann ich schlecht beurteilen, müsst ihr selbst tun. Ich habe auf jeden Fall vor einiger Zeit schon die Demo gespielt, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dem Entwickler hat es wohl gefallen, denn ich habe eine Version dazu bekommen, um sie euch einmal vorzustellen und das Ganze ein bisschen anzuzocken. Ich habe eben kurz reingeschaut, ob die Technik so funktioniert. Das tut sie und wir fangen an. Ich kann euch nur sagen, das Ding, ihr habt es ja vielleicht, na gut, ihr habt es nicht gesehen, weil das lässt sich schwer aufnehmen, läuft über die Unreal Engine und dementsprechend sieht es sehr, sehr schön aus. Ich kann euch nur sagen, das ist ein bisschen leer. Wenn euch das jetzt noch mal war, aber wenn euch das ждet, geht es nicht wahr. Ja, das war das Intro. War recht kurz, aber für so eine Indie-Produktion war es schon okay, finde ich. Warum wir hier sind, was wir hier wollen, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das werden wir rausfinden. Es sei kurz dazu gesagt, der erste Level soll wohl komplett spielbar sein. Der zweite auch, allerdings ist er noch ziemlich verbuggt, habe ich gehört. Ich weiß seinen Namen gerade nicht. Wir haben ein bisschen miteinander geschrieben. Ist, glaube ich, ein italienischer Entwickler. Und, äh, ja, auf jeden Fall der Verantwortliche sagte mir, es wird vor dem Laufe der Zeit immer weiterentwickelt werden. Natürlich, also sie wollen das Ding auf jeden Fall abschließen. Oh, guck mal, wie schön das aussieht. Wie gesagt, die Unreal Engine, ich finde die einfach nur herrlich. Ich muss mich raten, ich muss hier über diese Felsen rüberspringen. Höh, okay. Hopp. Sehr gut. Ja, schon in der Demo war ich sehr, sehr begeistert davon. Denn die Macht der Worte, das ist nicht nur ein aussagekräftiger Titel, sondern es beinhaltet auch ein gravierendes Spielelement. Nämlich, dass man zaubern kann über die Eingabe der Stimme eben. Also dadurch, dass ich die Zaubersprüche ausspreche, kann ich diese eben nutzen. Man muss hier keine Tasten nutzen, so wie 1, 2, 3, 4, 5 oder was weiß ich. Man hat einfach nur WASD, die Maus. Und der Rest wird dann so geregelt, über die Stimme. Ja, sehr, sehr geil, wie gesagt. Also die Demo, die ging direkt ans Eingemachte. Da hatte man, glaube ich, auch schon mehrere Zauber. Ich denke mal, hier fängt das nicht so schnell an. Weil ich habe schon geschaut, ich habe gar nichts. Also die Steuerung, wie gesagt, sehr spartanisch. Und ich schätze mal, ich werde im Laufe unseres Abenteuers hier alles finden. Oh, seht mal, was ist das denn? Ist das ein Planet oder ist das irgendwie nur so eine elliptische Spiegelung von der Sonne? Ich weiß es nicht. Aber der Mond, das wäre ein bisschen nah und sieht auch nicht aus wie der Mond. eher wie die Venus oder sowas. Also ich schätze nicht, dass wir auf der Erde sind. Mal so gesagt. Aha, wir sollen die Zeichnungen untersuchen, die Schriften. Die hier vielleicht? Ah, alles klar. Ich glaube, wir bekommen bald unseren ersten Zauber. Ist da auch einer? Tatsächlich. Schön, Leute. Ach, das ist so ein Augenschmaus. Also es sei gleich dazu gesagt, es ist ein Rätselspiel. Aber ich habe Screenshots gesehen auf Steam. Man muss wohl auch kämpfen. Also ich schätze mal, wir bekommen noch Angriffszauber. Ich bin ja sehr gespannt. Ich drücke gerade mal alle Tasten so ein bisschen. Nö. Also man kann noch nichts zaubern, schätze ich. So, erst müssen wir die ganzen Inscriptions anklicken. Zack. Das müssten alle gewesen sein, oder? Ja, schön. Da geht die Tür auf. Oh, Leute, ich freue mich schon. Your journal has been updated. Was haben wir denn da? Die Sprache der Mahaki. Ich werde es auf Englisch vorlesen, aber ihr hört das dann auf Deutsch. Ich habe das bei der lieben Trash gesehen. Sie hat das so bei Dreadout gemacht. Und es ist mir doch ein bisschen lieber, das so zu machen, als wenn ich da alles so holprig simultan übersetze. Also, ihr hört jetzt den deutschen Text. Die Sprache der Mahaki. Ich habe viele Jahre damit verbracht, den Dialekt bekannt als Mahaki zu studieren, welcher die Sprache der kreativen, göttlichen Wesen ist. Und doch habe ich erst an der Oberfläche gekratzt. Obwohl ich schon unzählige Artefakte untersucht hatte, auf denen sich Schriftzeichen dieser Sprache befanden, welche von Orten weit auseinander entfernt stammten, habe ich erst wenige Fragmente dieser Sprache interpretieren können. Jetzt, da ich in der Eingangshalle dieses Tempels stehe, dessen Existenz keine Gewissheit war, ist etwas passiert. Jetzt habe ich das absolute Verständnis über die Mahaki. In der Vergangenheit habe ich den Legenden keinen Glauben geschenkt, aber es gibt irgendeine Macht, die in diesen niedergeschriebenen Worten steckt. So, schön, ne? Ich hoffe mal, ich habe das einigermaßen sinnvoll übersetzt alles. Sieht so interessant aus hier. Oh, ist das cool. Sehe euch das mal an, die Partikeleffekte hier an den Kristallen. Das ist einfach nur herrlich. Wunderschön. Leute, ich sage es euch. Unreal Engine, Beste für Indie-Games. Nichts gegen die Unity, aber ich finde, damit kann man nicht so schöne Sachen zaubern wie hier. Oh, ist das herrlich. Ich denke mal, ich werde es in eine extra Playlist packen für sich. Denn es wird auf jeden Fall noch als Let's Play kommen. Das habe ich schon damals gesagt, als ich die Demo spielte. Also, das ist mal der Psychopilz der Jahreszeiten, oder? Das Ding, also, da hast du, glaube ich, da hast du einen Trip für ein paar Wochen. Oh, guck mal, das spiegelt sogar an der Pfütze alles. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil hier? Schön. Richtig schön. Ja, wann es denn weitergeht, weiß ich noch nicht. Also, wie gesagt, der erste Level, den seht ihr komplett. Den zweiten werde ich dann erstmal nicht spielen, aber die Playlist lasse ich dann halt auf. Ihr könnt es euch dann ja irgendwann nochmal zur Auffrischung nochmal ansehen. Kann ich zumindest dann nur empfehlen in dem Falle. Wer weiß, was wir hier noch an Story erfahren werden. Was haben wir denn hier? Ist so dunkel hier alles. Okay, ich sehe hier gar nichts, Leute. Geht's da hin? Ach, guck mal. Aha. Was ist das denn hier alles? Oh. Aha, der Journalist bin updated. Was habe ich denn da? Genesis 1. Am Anfang war das Chaos. Als die Epochen vorbeizogen, verfestigte sich das Chaos in eine einzige physische Masse. Weitere Epochen vergingen und die Zusammenballung entwickelte ein Gewissen. In jedem Moment seiner Existenz würde es den kompletten, unendlichen Raum eingehend untersuchen und so war es nach einiger Zeit riesig. Dann sah es im Universum die Geburt von etwas, das es an sich selbst erinnerte. Ein intelligentes Leben ward geboren und ihm folgten viele andere, gleich und doch anders, alle imstande, die Welt um sie herum bewusst zu verändern. So wanderte seine Aufmerksamkeit vom endlosen Beobachten des Universums und der Geburt machtloser Dinge neugierig auf die Leben dieser Wesen. Aber eines Tages geschah dann etwas Verstörendes. Diese Lebewesen begannen etwas Undefiniertes zu verehren, das sie nie gesehen, gehört oder wahrgenommen hatten, welches ihrer Meinung nach allwissend und allmächtig war. Die Namen, die sie ihm gaben, unterschieden sich. Doch dem Chaos war es offensichtlich, dass dieses Wesen es selbst war, da es sonst in der unendlichen Weite nichts Vergleichbares außer ihm gab. Oh, ich bekomme gleich noch einen Speicherstand dazu. Oh, guck dir das mal an. Habt ihr die Ester bei mir zufällig gesehen? Da gab es auch so eine Stelle in einer Höhle, in der alles voller leuchtender blauer Pilze. Waren das Pilze? Auf jeden Fall, das wurde später richtig, richtig hübsch. Und hier geht es direkt schon so los, so hübsch. Das ist der Wahnsinn. Was ist das hier dunkel, Mensch? Ich glaube, ich kann mich echt jetzt nur an den Kristallen orientieren und an den Pilzen. Oho, was haben wir denn da entdeckt? Oh, sieht das super aus, Leute. Ich scharmelze. Das sieht aus wie Quallen irgendwie, so ein bisschen. Ist das toll? Guckt euch das mal an. Ich finde das einfach... Also die Optik ist super. Was haben wir denn hier? Du hast deinen Zauber gelernt. Die Formel wurde in deinem Journal übertragen. Um einen Zauber zu... auszuwählen oder zu sprechen, drücke die linke Maustaste, spreche die Formel und dann lasse den Knopf los. Um den Zauber zu beenden, drücke die rechte Maustaste. Licht Das Licht ist nicht der Gegner der Dunkelheit. Genau das Gegenteil ist der Fall. Es ergänzt diese. Eine Schwester, die zu oft in der Vergangenheit verehrt wurde. Die Welt basiert auf dieser Lüge. Der Glaube, dass das Licht notwendigerweise das Gute darstellt und den Schatten entgegengesetzt ist und diese verbannt. Das Gleichgewicht der beiden war schon immer ein heller Teil der Schöpfung, doch niemand hat bisher die Wichtigkeit der Gleichstellung der beiden bemerkt. Licht und Schatten sind dasselbe Wesen, dieselbe Essenz, die den Kosmos durchdringt. Wenn eines von ihnen vorherrscht, dann ist eine Veränderung unvermeidlich. Nichts bleibt sich gegenüber gleich über längere Zeit und die Metamorphose führt nicht immer zu Ordnung oder Chaos. Ich kann es fühlen. Die grelle Macht des Lichts kommt aus meiner Hand. Eine absolute Grazie strahlt aus meiner Hand und nachdem ich Lume Tial das erste Mal sagte, verbeugte sich die Dunkelheit vor mir. Okay, ich versuch's mal. Lume Tial. Ah, seht mal, schon hab ich einen Zauber gesprochen. Und den kann ich jetzt, zack, beenden. Lume Tial. Ah, ist das cool, Leute, ist das cool. Ich will nur mal kurz was zeigen. Man kann nämlich noch was umstellen, die Voice Recognition. Hier haben wir nämlich Mahaki, die Fantasiesprache von Inverbus Virtus. Es ist empfohlen, diese Sprache zu nutzen, denn sie bietet eine bessere Immersion und ein besseres Spielgefühl. Wenn ich das jetzt auf Englisch umstelle, dann, warte mal, jetzt schau ich mal, wie es sich jetzt hier ausspricht. Let there be light, sowas in der Demo. Warte. Ich versuch's nochmal auf Mahaki. Lume Tial. Funktioniert nicht, seht ihr? Und jetzt? Let there be light. Let there be light. Let there be light. Okay, es geht gar nicht mehr. Das ist ja doof. Ne, nur mal der Verständlichkeit halber. Äh, Verständlichkeit. Verständnis. So. Ah, Lume Tial. Lume Tial. So, jetzt geht's wieder. Also, ich bin überrascht, wie gut das funktioniert mit der Spracheingabe. In der Demo hatte man noch Telekinese. Und, äh, irgendwas noch. Ich weiß gar nicht mehr was. Konnte ich da schweben oder so? Aber ich schätze mal, es gibt hier eine Menge Zauber. Werden wahrscheinlich noch einige dazukommen. Warte mal, jetzt könnte ich nochmal hier schauen. Jetzt hab ich ja Licht. Aha. Ah, sehr gut. Was haben wir denn hier alles? Ah, sieh mal. Jetzt sehen wir auch viel mehr. Oh, ist das schick. Oh, was für eine Kerze. Sehr interessant. Also, der Kerzenhalter. So, das haben wir schon gelesen. Ist das denn eine Maske? Oh, ich kann hier gar nicht weiterspringen. Hier ist eine unsichtbare Wand. Was ist das für ein Teil, Mensch? Kann ich nichts dran machen? Das sieht so super aus hier alles. Guck mal, die Farben an meiner Hand. Das ganze Farbspektrum wechselt sich die ganze Zeit durch. Finde ich ja schön. War ich hier schon? Ach, ne, hier war ich gar nicht reingegangen. Sieh mal. Was sind das für Geräusche? Irgendwie wird es mir ein bisschen unheimlich gerade. Ach, sieh mal. Wie hätte ich ohne das Licht gar nicht weiterkommen können? Interessant. 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 Voll cool. Oh, ich mach da. Leute, das sieht aus wie eine ganze Galaxie. Das sind alles diese Leuchtepilze. Oh, ist das super. Oh, Leute, ich... Ich komm grad so ein bisschen ins Schwärmen hier. Wenn ich mir das angucke. Die Musik. Hört euch die Musik an, Leute. Wunderschön. Fehlen da echt die Worte. Also die Trailer und so weiter, die haben da nicht gelogen. Schaut euch die ruhig mal an auf Steam. Das ist fantastisch. Also die Grafik, die lässt sich nicht anders beschreiben. Als mit fantastisch. Toll. Einfach toll. Ja, ich komm hier gar nicht mehr aus dem Schwärmen. Ich will euch doch ein bisschen was vom Spiel zeigen, nicht wahr? Oh, ist das klasse. Schau ich das mal an. Da könnte ich jetzt ewig hochstarren. Weiß nicht, wie geht's euch da? Ich bin auch so ein Sternengucker. Ich geh manchmal in einer sternenklaren Nacht bei mir in den Garten. Und da guck ich dann zehn Minuten lang in den Himmel. Ja gut, wenn ihr jetzt in einer Großstadt lebt, ich glaub, das ist dann wegen den Abgasen in der Luft nicht ganz so ersichtlich. Aber wenn ihr irgendwo eine Möglichkeit habt, auf ein freies Feld zu gehen, wo rundherum keine Städte sind, keine Häuser oder viele Autos, dann seht ihr das. Das sieht einfach nur toll aus. Finde ich zumindest. Nö, 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 nö. Oh Gott. Ja. Rätsel und Plattformer. So viel hab ich jetzt schon mal rausgefunden. Vielleicht wird's dir noch ein bisschen mehr Action geben. Nein. Okay, wo bin ich? Ich hab die Hälfte von meiner, also von diesem Balken oben verloren. Ich schätze mal, das ist meine Lebensenergie. Ach du Scheiße. Oh lala. Na klasse, jetzt muss ich warten, bis die sich so verschieben, dass ich da drauf springen kann. Ich sollte vielleicht sprinten und dann springen. Komm schon, komm schon, Felsen. Oh. Ich kann ja, wenn ich in der Luft bin, kann ich gar nicht mehr nachregulieren. Ich mein, das ist auch ein bisschen unlogisch, dass das geht, aber wenn man Half-Life die Steuerung gewöhnt ist. Oh, schön, ich hab's geschafft. Guck dir das mal an. Oh, es wird alles gespiegelt. Ist das nicht herrlich? Was sind denn das für Ströme, die da zwischen den Kristallen hin und her gehen? Kann ich da vielleicht reisen? Schnell mich bewegen? Weiß ich nicht. Was haben wir denn da? Lichtstrahl. Wenn sich das Licht erhebt, dann fühlt dies die Dunkelheit. Im Gegenteil zu dem, was man denken könnte, flieht sie nicht. Sie sucht es eher. Wenn der blendende Keim aus meiner Hand fließt, hörst du dann nicht jemanden erscheinen? Werden deine Schulter nicht plötzlich schwer, als wenn etwas auf ihnen ruht? Die Dunkelheit hat keine Angst, sie hat keinen Grund dazu, denn sie sehnt sich nach ihrer Schwester dem Licht. Das Fleisch, vollgesogen mit der Dunkelheit, kann erblinden, aber die Dunkelheit wird sich niemals fürchten. Wenn du selbst zum Herren des Lichts wirst, dann sei gewiss, dass die Schatten dich an der Hand führen, solange dein Leben dich nicht verlässt, und du sie spürst, wie sie sich an deiner Seele laben. Bist du nicht glücklich? Auch du bist jetzt unsere Schwester. Was ich jetzt weiß, ist, dass die Worte Ectolume genug sind, um einen Strahl reinen Lichts aus meiner Hand zu werfen. Als eine Art Hinweis, wie diese Energie zu nutzen ist, stand in den Schriften auf rätselhafte Art, dass die richtige Farbe den richtigen Mechanismus speist. Aha, ein Lichtstrahl. Ectolume. Ah, guck mal. Jetzt kann ich hier... Bringt das was? Nö. Das ist ja super. Aber ich glaub, hier hab ich noch nichts davon, oder? Nö. Ich find die Texte übrigens sehr gut geschrieben und sehr fantasievoll. Ich hoffe echt, ich übersetze die dann einigermaßen. Das weiß ich jetzt noch nicht, ich sag das jetzt einfach mal so. Auf jeden Fall sind die ganz schön lang, wenn ich da mal so drüber nachdenke. Ai, 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 ai. Ist gefährlich hier. Ist echt gefährlich. Na, komm ich da noch ein Stückchen weiter hoch? Danke, danke. Das reicht. Cool. Lume-Tial. Ectolume. Oh Leute, die Spracheingabe, das ist echt klasse. Das ist richtig super. Hätte ich nicht gedacht, dass das schon so fortgeschritten ist. Warte mal. Lume-Tial. Lume-Tial. Guck mal, sogar so geht's. Ectolume. 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 Das ist so genial. Ich kann sogar wirklich total undeutlich und nuschelnd reden und das funktioniert. Klasse. Richtig, richtig gut. Oh Leute, ich bin grad so richtig geflasht, ne? So richtig. Lume-Tial. Ich muss mir die, glaub ich, aufschreiben, sonst vergesse ich die irgendwann. Was ist denn jetzt, wenn meine ganze Lebensenergie flöten geht? Ich mein, das ging jetzt recht flott. Zweimal runterfallen und das ist Game Over, oder was? Das kann ich mir nicht vorstellen. Wahrscheinlich am letzten Speicherpunkt dann. Oh, super. Lume-Tial. Leute, ich feier das so gerade. War ich hier schon? Ich bin immer links gegangen bisher. Und dann bei der ersten Abzweigung wieder rechts. Also quasi auch links. Dann müsste es hier weitergehen. Boah, ist das klasse, Leute. Ich liebe es jetzt schon, dieses Spiel. Ich kann gar nicht genug Lob an die Entwickler geben. Guck dir das mal an, wie das aussieht. Ich glaub, da wird sich jeder Hippie die Finger nachlecken. Oder jeder, der mal so eine psychedelische Erfahrung machen will. Muss ich nicht haben, aber gut. Jedem das Seine, ne? Ich würd die nicht futtern, die Dinger. Boah. Geht's noch runter. Oh, klasse. Wär ich überhaupt wieder hochgekommen? Warte mal, komm ich da hoch? Ah, komm ich. Okay. Also könnte ich auch wieder zurückgehen, theoretisch. Oder? Warte mal, komm ich hier? Oh, ich komm hier gar nicht rauf. Ach, Control ist auch zum Springen. Steuerung. Kann ich mich ducken? Ne, ich kann mich nicht ducken, Leute. Also keine Duckjumps. Haben wir schon mal ein Problem, ne? Da haben wir ein kleines Problem. Ach, komm ich jetzt nicht mehr hier rauf? Was ist, wenn ich einen Fehler gemacht habe? Ne, ich komm nicht mehr rauf. Klasse. Klasse. Ich hoffe mal, hier geht's jetzt auch weiter, sonst. Also das lade ich einfach den letzten Checkpoint. Ich glaub, das funktioniert, oder? Oh, guck mal hier. Kommen wir mal aus. Oh, das ist ja der Wahnsinn. Das ist so fantastisch. Okay, ich bin nicht gesprintet. Das wäre beinahe das Ende gewesen. Das Ende dieser Reise. Kann ich eigentlich auch manuell speichern? Ich weiß es gar nicht. Aha. Was haben wir denn hier? Lumetial. Lumetial. Oh, ich muss es, glaub ich, mit mehr Bass aussprechen. Oh, guck mal hier. Ich glaub, ich hab meinen Thumbnail gefunden für den Part. Oh, oh, oh. Guck dir das mal an. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn, wirklich. Fantastico. Sieht das toll aus. Leute, ich werde den Part hier schon mal beenden. Ihr seht schon, uns erwartet eine fantastische Reise. Es wird wohl noch einiges passieren. Optisch sowie rätseltechnisch. Ich hoffe, ihr lasst mir ein bisschen Liebe da. Also unterstützt mich bei einem neuen Projekt. Da freue ich mich ja immer sehr drüber. Auch wenn ihr mir eure Meinung mitteilt. Schreibt es mir in die Comments. Ich bin hellauf begeistert, muss ich sagen. Es sieht wirklich klasse aus. Für ein Indie-Game ab 16 Euro kann man sich mal angucken, finde ich. Na ja, wie dem auch sei, liebe Leute. Das kommt jetzt täglich ab 16 Uhr dafür, dass Batman nicht so will. Das habe ich ja schon breitgetreten. Das Thema werde ich auch noch mal hier in die Kommentare schreiben als Veröffentlichungsnotiz. Ich hoffe, das wird auch wahrgenommen und nicht wieder gefragt. Wann kommt Batman? Ja, wie gesagt, in Zukunft Stream. Gut, auf jeden Fall. Wenn ihr möchtet, sehen wir uns dann am Montag wieder, wenn es wieder heißt in Verbes Virtus.